Heute am Morgen sind wir am halben 8 Uhr im Mittelalter bei den Rittern geweckt worden. Zum Morgensport haben wir ein Kettenfangnis gemacht. Und nachher hat es wieder mal ein richtig feines zum Morgen gegeben. Am Morgen konnten wir verschiedene Sachen machen. Dann konnten wir im Wald schnitzen und Hängematten machen. Hier oben konnten wir Teebeutel machen, Bänden knüpfen. Dort unten konnten wir Kup spielen und Schlangenbrot machen. Am Nachmittag haben wir unsere acht Gruppen aufgeteilt. Sieben von der Gruppe waren Kinder und einer war Schleiter. Wir hatten vier verschiedene Pöste. Der eine war ein Frisbee-Spiel. Der zweite war ein Bambus-Stecken-Weitwurf. Der dritte war ein Wasserballon-Rugby. Und der vierte war ein Volleyball mit den Blachen. Uns beide sind voll das Volleyball mit den Blachen. Und die Nacht hat es Rösti und Rührein gegeben und Salat. Und wir mussten gegenseitig füttern. Und das war mega lustig. Und dann habe ich meinen Teller überflutet. Danke. Bis zum nächsten Lagerpunkt. Tschüss. 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 Vielen Dank.